Botswana offiziell Republik Botswana-Beswana ist ein Binnenstaat im südlichen Afrika. Botswana grenzt im Südosten und Süden an Südafrika, im Westen und Norden an Namibia und im Nordosten an Sambie und Zimbabwe. Bei Kazumgula im Nordosten treffen sich die Grenzen von Botswana, Namibia, Zimbabwe und Zimbabwe in der Mitte des Zambesi. Manchen Ansichten zufolge an einem einzigen Punkt. Für die Annahme eines multilateral anerkannten Vierländerecks fehlt jedoch die vertragliche Grundlage. Der Name leitet sich von der Bezeichnung des Volkes der Zwana ab. Nationalfeiertag ist der 30. September Tag der Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich. Unter den Staaten des südlichen Afrikas wie Botswana 2011 höchsten Human Development Index sowie die nach Ansicht von Transparency International. Niedrigste Korruptionsanfälligkeit der afrikanischen Länder auf. Etwa 18,5% der Erwachsenen sind mit HIV infiziert, die weltweit dritthöchste Prävalenz. Geografie Botswana erstreckt sich zwischen 17 Grad 50 und 26 Grad 50 südlicher Breite sowie 20 Grad 0,0 und 29 Grad 20 östlicher Länge. Es ist 582.000 Quadratkilometer groß und hat rund 2 Millionen Einwohner. Damit gehört es zu den am dünnsten besiedelten Ländern der Erde. Große Teile des Landes macht die Halbwüste Kalahari im Südteil aus. Sie besteht aus Dorn- und Grasavannen. Darüber hinaus gibt es Salzpfannen und Salzseen, die während der Regenzeit zu großen, seichten Seen werden. Im Nordwesten liegt das Okavango-Delta, das große Binnendelta des Flusses Okavango. Weitere bedeutende Flüsse sind der Limpopo an der Südostgrenze, der Choberewa im Norden und der Sambesi an der Nordgrenze. Das Land ist überwiegend Hochland mit wenigen Hügeln. Nur wenige Gebiete wie die Makgadikgadipfanne und die Region am Limpopo liegen unter 1000 Metern über dem Meeresspiegel. Höchsten Erhebung ist mit 1494 Metern über dem Meeresspiegel der Monal-Anon-Hill südwestlich der Hauptstadt Gaborone. Tierwelt in Botswana findet man Elefanten, Giraffen, zahlreiche Antilopen-Arten, Löwen, Leoparden, Geparde und Zebras. Das Okavango-Delta ist für seinen Artenreichtum bekannt. Ein weiterer Vertreter der Fauna Botswanas ist das Flusspferd, in der Landessprache Setswana als Kubu bezeichnet. Im Chobin-Nationalpark kann man es in seiner natürlichen Umgebung neben dem Puku und dem Kafanbüffel beobachten. Hier leben auch Elefanten, die wegen ihrer Vielzahl allerdings enorme Vegetationsschäden verursachen. In Botswana herrscht semi-arides Savannen- und Halbwüstenklima. Die Temperaturen schwanken zwischen 35 Grad Celsius im Sommer und etwas über 20 Grad Celsius im Winter. Im Winter fallen die Temperaturen vor allem nachts stark, im ganzen Land ist zu dieser Jahreszeit Frost möglich. Temperaturunterschiede von über 20 Grad Celsius zwischen Tag und Nacht sind normal. So werden zum Beispiel in Gaborone im Juli tagsüber durchschnittlich 23 Grad Celsius gemessen, während es nachts nur etwa 3 Grad Celsius sind. Die Trockenzeit ist im ganzen Land mit 6 bis 9 Monaten sehr lang. Im Jahr fällt etwa 250 bis 500 Millimeter Niederschlag, der meiste von Dezember bis März. Bevölkerung Botswana hat etwa 2,03 Millionen Einwohner. Die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung ist wie folgt. Die Einwohnerzahl ist seit der Unabhängigkeit stark angestiegen. Wobei sich die Anstiegskurve wegen der hohen Sterblichkeit durch Aids zuletzt abflachte und im Jahre 2005 ein Bevölkerungsschwund in der Größenordnung von einem Prozent auftrat. Wozu auch die Auswanderung beitrug. Durch die Krise in Zimbabwe stieg die Bevölkerung 2008 stark an. Ende 2008 lebten fast 800.000 Flüchtlinge aus Zimbabwe in Botswana. Amtssprachen sind Englisch und Setswana. Die Kommunikation in der Bevölkerung findet in der Bantu-Sprache Setswana statt, die vom überwiegenden Teil der Einwohner verstanden wird. Auf Englisch verhandelt das Parlament und alle größeren Zeitungen erscheinen in englischer Sprache. In der Grundschule ist Setswana die Unterrichtssprache, ab der Sekundarstufe wird auf Englisch unterrichtet. Auch Khoisan-Sprachen und in geringem Maß Afrikans werden gesprochen. Religionen örtliche traditionelle Glaubensrichtungen 49,2 Prozent. Protestanten 29,0 Prozent. Afrikanische Christen 11,8 Prozent. Katholiken 9,4 Prozent. Andere 0,6 Prozent. Bildungs- und Gesundheitswesen. Bildung im Jahr der Unabhängigkeit 1966 gab es in Botswana nur wenige erfolgreiche Schulabgänger. Lediglich acht Prozent der Jugendlichen besuchten eine Sekundarschule. Mit den Einnahmen aus der Diamantenförderung wurde das Schulwesen stark ausgebaut. Trotzdem ist Botswana eines der wenigen Länder auf der Welt. In dem trotz einer bereits 1980 von der Regierung gestarteten Alphabetisierungskampagne immer noch keine Schulpflicht besteht. Die Rate der Schüler an Primarschulen lag 1996 bei 96 Prozent, auch die Sekundarschulen. Wo nach der 10. Klasse das Junior Certificate abgelegt werden kann, werden von fast allen Jugendlichen der Jahrgänge besucht. Etwa ein Drittel der Schüler absolviert dann zwei weitere Schuljahre, um das Botswana General Certificate of Education zu erwerben. Das zum Besuch einer Universität oder eines College berechtigt. 2006 wurden nach fast 20 Jahren kostenloser Schulausbildung erneut Schulgebühren eingeführt. Zahlreiche Colleges finden sich an verschiedenen Orten, darunter sechs Colleges für technische Berufe und das Botswana College of Agriculture. Die 1982 gegründete University of Botswana in Gaborone wird von rund 18.700 Studenten besucht. Der Bau der Botswana International University of Science and Technology in Palapur wurde 2009 begonnen. 2012 wurde die Universität aber an einem Ersatzstandort in einem College in Odi, 25 Kilometer nördlich von Gaborone, provisorisch eröffnet. An der BIUST sollen nach ihrer Fertigstellung 6.000 bis 10.000 Studenten ausgebildet werden. 2013 wurde das private Botu College mit Niederlassungen in Gaborone, Francistown und Mount Sobotu University erhoben. Dort kann man vor allem Studiengänge in den Bereichen Wirtschaft und Erziehung absolvieren. Botswana hat seit der Unabhängigkeit landesweit eine gut strukturierte Gesundheitsversorgung eingerichtet. Es gibt zahlreiche Gesundheitsposten in den abgelegenen Außengebieten mit reiner Basisversorgung, Kliniks und insgesamt 17 Health Centers in größeren Orten. Hinzu treten noch einige hundert mobile Kliniken, sodass eine Grundversorgung der Bevölkerung sichergestellt ist. Allerdings wird Botswana mit rund 320.000 infizierten Erwachsenen hart von der AIDS-Pandemie getroffen. Dies entspricht einer Prävalenz von HIV bei Erwachsenen von 18,5%. Seit dem Jahre 2002 werden deshalb im Rahmen des staatlichen Programms MASA kostenlos antiretrovirale Medikamente verteilt. Durch diese und andere Maßnahmen konnte die Anzahl der Neuinfektionen zwischen 2001 und 2012 um über 50% reduziert werden. Die Ansteckungsrate von Mutter zu Kind konnte von 30% auf 2,1% gesenkt werden. Die Pandemie ist eine existenzielle Bedrohung nicht nur für jeden einzelnen Betroffenen, sondern auch für das gesamte Staatswesen. Dabei fortschreitend der Krankheitsentwicklung mit einem Zusammenbruch der Volkswirtschaft gerechnet werden müsste. Die durchschnittliche Lebenserwartung sank von 63 Lebensjahren im Jahre 1991 auf rund 46 Lebensjahre im Jahr 2007. Deshalb hängt viel vom Erfolg der eingeleiteten Programme ab. Seither stieg die Lebenserwartung wieder deutlich an. Das von der Regierung Botswanas eingeführte staatliche Therapieprogramm MASA arbeitet flächendeckend. Alle HIV-Infizierten, deren Gesundheitszustand kritisch zu werden droht, erhalten kostenlosen Zugang zu medizinischen Beratungsleistungen und antiretroviralen Medikamenten. Das Programm wird unter anderem von der Gates Foundation und dem US-amerikanischen Pharmakonzern Merck unterstützt und von der Harvard Medical School wissenschaftlich begleitet. Dank der besonnenen botswanischen Regierungspolitik und mit den Einnahmen aus der Diamantenproduktion können die Maßnahmen intensiv und relativ effizient umgesetzt werden. Durch die Fortschritte in der Gesundheitsversorgung konnten im Jahr 2009 99% aller Geburten medizinisch betreut werden. Die Säuglingssterblichkeit lag bei 44 pro 1000 Geburten, die Müttersterblichkeit bei 380 pro 100.000 Geburten. 42% der Frauen standen moderne Verhütungsmittel zur Verfügung. Die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt wird mit 55,5 bis 60,5 Jahren angegeben. Geschichte In vorkolonialer Zeit war das Gebiet des heutigen Botswana von mehreren kleinen Königreichen der Botswana beherrscht, die unter dem Druck einwandernder Buren um britische Hilfe baten. Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Irland schloss mit den Zwaner Herrschern Schutzverträge und bald darauf war das Gebiet von 1885 bis 1966 unter dem Namen B-Schwana-Land das größte britische Protektorat im südlichen Afrika. 1961 gewährte man den Einwohnern eine eingeschränkte Autonomie und es bildeten sich die ersten politischen Parteien. Botswana erlangte schließlich am 30. September 1966 seine Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich und wurde Mitglied des Commonwealth und proklamierte auch seinen neuen Namen. Politik und Verfassung Die Verfassung des Landes stammt aus dem Jahre 1965. Gesetzgebungsorgan ist ein Parlament, dem neben den 57 Mitgliedern der alle fünf Jahre gewählten Nationalversammlung auch der Staatspräsident. Der Parlamentsprecher und vier vom Präsidenten bestimmte Mitglieder angehören. Eine weitere Kammer ist das Haus auf Chiefs, das 15 Mitglieder umfasst und aus den führenden Stammesvertretern des Landes gebildet wird. Es hat im Wesentlichen beratende Funktionen. Die Exekutivgewalt liegt beim Staatspräsidenten, der Staatsoberhaupt und zugleich Regierungschef ist. Er wird vom Parlament gewählt, wobei inzwischen nur noch eine einmalige Wiederwahl zulässig ist. Erster Staatspräsident war bis zu seinem Tode im Jahr 1980 Seretze Kammer. Ihm folgte zunächst Ketumail Massire und von 1998 bis 2008 Festus Muge, der am 30. Oktober 2004 seine zweite Wahlperiode begann. Am 1. April 2008 trat Muge von seinen Ämtern zurück. Sein Nachfolger ist I.N. Kammer, der Sohn des ersten Staatspräsidenten. Alle Wahlen seit der Unabhängigkeit gelten als frei und fair, es besteht ein Mehrparteien-System. Jedoch ist seit der Unabhängigkeit die von Seretze Kammer gegründete Botswana-Demokratik-Party alleinige Regierungspartei. Das Mehrheitswahlrecht nach britischem Vorbild benachteiligt die zersplitterte Opposition. Daher schlossen sich vor den Parlamentswahlen im Oktober 2014 die BDP-Abspaltung Botswana-Movement for Democracy mit der Botswana National Front und der Botswana People's Party zum Umbrella for Democratic Change zusammen. Außerdem traten die Botswana-Kongress-Party sowie Unabhängige an. Die BDP verteidigte die absolute Mehrheit der Mandate, hat jedoch mit 37 von 57 Sitzen acht Sitze weniger als vorher. Der UDC erhielt 17 Sitze, die BCP drei Sitze. Eine UDC-Hochburg ist die Hauptstadt Gaborone, in der die Partei vier der fünf Wahlkreise gewann. Botswana ist ein Rechtsstaat, geprägt von einer dem römischen Recht, das ist gemeines Recht niederländischer Prägung, entlehnten Grundstruktur. Wobei allerdings auch eine Rechtsprechung nach hergebrachtem Stammesrecht existiert. Der von Transparency international gemessene Korruptionswahrnehmungsindex für Botswana erwies sich bislang immer als sehr günstig. 2005 belegte das Land zum Beispiel den Platz 32. Im Index von 2007 liegt Botswana dagegen nur noch auf dem 38. Rang mit einem Wert von 5,4 gegenüber 5. 9 im Jahre 2005. In der Liste von 2012 belegt Botswana den 30. Platz mit einem Wert von 65 und wird damit als weniger korruptionsanfällig. Eingeschätzt als die europäischen Nationen Spanien, Italien oder Polen. Die freie Meinungsäußerung ist weitgehend gewährleistet. Gelegentlich kommen ethnische Spannungen auf und es soll auch, wenn auch selten, zu polizeilichen Übergriffen und Menschenrechtsverletzungen kommen. Laut Amnesty International wurde 2009 die Todesstrafe einmal angewendet und zweimal wurde das Urteil dazu ausgesprochen. Amnesty International bemängelt zudem auch, dass die Todesurteile spontan und ohne öffentliche Bekanntmachung oder Information der Familien und Angehörigen vollstreckt werden. Nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation arbeiten rund 13,5% aller Kinder zwischen 10 und 14 Jahren. Obwohl das Gesetz das Mindestalter auf 15 Jahre festgelegt hat. Viele Kinder in Botswana sind zudem AIDS-weisen, sodass die ältesten Kinder oft für die gesamte Familie arbeiten müssen. Homosexualität ist gemäß Section 164 des Botswanischen Strafgesetzbuches illegal und kann mit bis zu sieben Jahren Haft bestraft werden. Homosexuelle werden jedoch selten belangt. Auch gibt es eine starke Diskriminierung von Menschen mit HIV-AIDS. Einige Arbeitgeber entließen ihre Angestellten, nachdem sie von deren Krankheit erfahren hatten. Von Diskriminierung betroffen ist zudem die teilweise noch als Jäger und Sammler lebende indigene Kuisan-Bevölkerung. Ihnen werden unter anderem Jagdrechte und Zugang zu natürlichen Wasserressourcen verweigert. Das Central Kalahari Game Reserve in Botswana beheimatet insgesamt 5000 Kuisan. In diesem Gebiet wurden in den 1980er Jahren Diamanten gefunden. In der Folge mussten die dort lebenden Menschen das Reservat verlassen und in sogenannte Umsiedlungslager ziehen. Die dort herrschenden Bedingungen waren nicht menschenwürdig, so dass viele der Kuisan dem Alkoholismus verfehlen oder Depressionen bekamen. Obwohl die Kuisan 2006 die Kasekunden recht zugesprochen bekamen, auf ihr Land zurückzukehren, tut die Regierung in Botswana alles Mögliche, um den Menschen die Rückkehr zu erschweren. So durften sie beispielsweise wieder auf dem Land leben, den dort stehenden Brunnen jedoch nicht benutzen. So dass die Wasserversorgung in dem Reservat nicht mehr gewährleistet war. Nach einem langen Prozess wurde im Januar 2011 den Kuisan das Recht an der Nutzung des Brunnens wieder zugesprochen. Das oberste Berufungsgericht Botswanas entschied, dass die Kuisan das Recht auf Zugang zu Wasser auf ihrem Land haben. Gaborone in Botswana ist der Sitz der südafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft, eine Organisation, zu der sich 15 afrikanische Staaten zur wirtschaftlichen und politischen Integration im südlichen Afrika zusammengeschlossen haben. Botswana ist Mitglied der Southern African Customs Union, deren Verrechnungseinheiten faktisch auch eine Währungsunion bedingen. Militär Die Botswana Defense Force sind die Streitkräfte Botswanas. Sie beteiligten sich an zahlreichen Friedensmissionen in Afrika. Zum Zeitpunkt seiner Unabhängigkeit im Jahre 1966 besaß Botswana kein Militär, sondern richtete lediglich die paramilitärische Police mobile Unit ein. Die Entstehung der Botswana Defense Force im Jahr 1977 ist eng mit einem Grenzkonflikt zum damaligen östlichen Nachbarstaat Rhodesien verbunden. Dabei kam es mehrfach zu Übergriffen der Rhodesian Security Forces auf botswanisches Territorium, die die PMU nicht unterbinden konnte. Im April 1977 schuf die Regierung die Botswana Defense Force. Die Grenzverletzungen setzten sich dennoch fort. Unter anderem wurden 15 Soldaten der BDF im Lesoma im Busch von rutzischen Soldaten getötet. Auch im Rahmen des namibischen Unabhängigkeitskrieges kam es zu Kampfhandlungen an der West- und Nordwestgrenze Botswanas. Ab den 1990er Jahren nahmen botswanische Einheiten an zahlreichen internationalen Friedensmissionen teil. Die heutigen Streitkräfte Botswanas haben eine Stärke von rund 12.500 Mann. Eine Wehrpflicht besteht nicht. Truppenteile sind das Heer, die Luftwaffe und die Logistikabteilung. Oberkommandierender ist der jeweils amtierende Präsident. Verwaltungsgliederung Botswana ist in zehn Distrikte und sechs selbstverwaltete Städte unterteilt. Distrikte Central Distrikt, Tschube Distrikt, Ganzi Distrikt, Kalagadi Distrikt, Katleng Distrikt, Queneng Distrikt, North Distrikt, North West Distrikt, South Distrikt, Southern Distrikt, Städte Gaborone City, City of Francistown, Sowatown, Jotwaneng Town, Silebifigwe Town, Lobacetown. 15 der 16 Verwaltungseinheiten werden von einem Council verwaltet. Wirtschaft Das Bruttoinlandsprodukt Botswanas betrug im Jahr 2014 11,3 Milliarden Euro. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 5.823 Euro. Botswana hat sich mittlerweile weitgehend von der Weltwirtschaftskrise 2008-2009 erholt. 2014 erzielte die Wirtschaft ein reales Wachstum von 5,2 Prozent, die Inflationsrate sank auf 3,8 Prozent. Das Land gehört somit zu den wirtschaftlich stabileren und erfolgreicheren Staaten in Afrika. Es steht dennoch vor den typischen Herausforderungen eines Entwicklungslandes. Hohe Abhängigkeit von einem Rohstoff, begrenzte öffentliche Infrastruktur sowie hohe Arbeitslosigkeit und verbreitete Armut in weiten Teilen der Bevölkerung. Das volkswirtschaftliche Einkommen Botswanas beruht auf dem Erschließen von Bodenschätzen im Bergbau, auf der Fleischproduktion und auf Einnahmen aus dem Tourismus. Dabei macht der Diamantenexport über 70 Prozent des Gesamtexportwertes aus. Die Diamantenminen werden von einer Gesellschaft betrieben, die je zur Hälfte dem bozwanischen Staat und dem Diamantenkonzern Debies gehört. Seit 2014 verkauft Debies sein gesamtes Angebot an Rohdiamanten aus aller Welt von der bozwanischen Hauptstadt Cabo Rhone-Stadt wie bisher von London aus. 2015 exportierte Botswana Diamanten im Wert von 2,4 Milliarden US-Dollar, deutlich weniger als im Vorjahr. Der Tourismus stellt einen weiteren wichtigen Wirtschaftszweig dar. Zu den Attraktionen zählen unter anderem die Nationalparks in Botswana. Der PUA gehört zu den stabilsten Währungen Afrikas. Entwicklung Botswana hatte im Vergleich zu anderen afrikanischen Staaten ein sehr hohes Wirtschaftswachstum. Das sich auf durchschnittlich jährlich 9 Prozent belief. So hat sich das Land von einem der ärmsten Länder der Erde zu einem Land mit mittlerem Einkommen entwickelt und verfügt über das höchste Kreditrating in Afrika. Die Wachstumsrate ging aber zwischen 2003 und 2007 auf unter 5 Prozent zurück. Botswana war besonders stark von der Finanzkrise betroffen. 2009 wurde eine Rezession von 12 Prozent festgestellt. Wegen seiner politischen Stabilität, wirtschaftlichen Entwicklung und der städtigen Verbesserung der Lebensumstände wird Botswana oft als ein Musterland Afrikas bezeichnet. Dies ist einerseits dem Umstand zu verdanken, dass erst kurz nach Erlangung der Unabhängigkeit reichhaltige Diamantenminen entdeckt wurden. Aber andererseits auch dem Umstand, dass die so gewonnenen Mittel auch tatsächlich überwiegend in die Entwicklung des Landes investiert wurden. Durch die hohe Aidsrate und die damit verbundene hohe Sterblichkeit ist aber die weitere wirtschaftliche Entwicklung Botswanas gefährdet. Der Staatshaushalt umfasste 2009 Ausgaben von umgerechnet 3,868 Milliarden US-Dollar, dem Standeneinnahmen von umgerechnet 2,675 Milliarden US-Dollar gegenüber. Daraus ergibt sich ein Haushaltsdefizit in Höhe von 11 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die Staatsverschuldung betrug 2009 1,93 Milliarden US-Dollar oder 17,9 Prozent des BIP. 2006 betrug der Anteil der Staatsausgaben folgender Bereiche. Gesundheit 7,1 Prozent Bildung 8,7 Prozent Militär 3,3 Prozent Infrastruktur Straßennetz die über Landstraßen, Botswanas sind durchweg asphaltiert. Straßen zweiten Grades sind meist Staub- oder Schotterstraßen von unterschiedlicher Qualität. Straßen in den Nationalparks sind meist Pisten mit vielen Schlaglöchern. Während und nach der Regenzeit sind viele Straßen und Pisten nicht befahrbar. Der Trans-Kalahari Highway ist eine Fernstraße, die Johannesburg in Südafrika mit Walvis Bay in Namibia verbindet und durch Botswana verläuft. Eisenbahn Die staatliche Botswana Railways verfügt über eine knapp 700 Kilometer lange Eisenbahnstrecke von der Grenze zu Südafrika über Lobache, Gaborone und Franzestown nach Simbabwe. Lord Kitchener ließ diese Strecke im Burenkrieg bauen. Heute verkehren in Botswana nahezu ausschließlich Güterzüge. Der eigene Personenzugverkehr wurde zum 1. April 2009 aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt. Aufgrund der weiten Entfernungen und der teilweise schlechten Straßen gibt es viele kleine Flughäfen und Landepisten, die durch verschiedene Linien und Charterflüge miteinander verbunden werden. Vom südafrikanischen Johannesburg werden die Flughäfen Gaborone, Maun, Kasane und Franzestown direkt angeflogen. Insbesondere in Maun werden zahlreiche touristische Lokalflüge der allgemeinen Luftfahrt mit kleinen Flugzeugen abgewickelt. Wichtigster Energieträger für den in Botswana erzeugten Strom ist die Steinkohle aus dem Bergwerk in Morupule. Diese wird in den Kohlekraftwerken von Morupule bei Palapö und Silebifigwe verstromt. Damit wird ein Großteil des Bedarfs Botswaners an elektrischer Energie gedeckt. Das Defizit an Elektrizität wird durch Stromimporte aus dem Nachbarland Südafrika ausgeglichen. Hierzu wurde 1995 die Vereinbarung zur Förderung des Zugangs und der Verteilung von Energie im südlichen Afrika, Saven-African Power Pool, unterzeichnet. Auf diesem Wege kauft Botswana einen Teil seines Stroms bei der südafrikanischen Eskom ein, etwa bei technischen Problemen des Kraftwerks Morupule. Im Jahr 2008 wurden in Botswana insgesamt Strom verbraucht. Dies entsprach einem Pro-Kopf-Verbrauch von rund. Demgegenüber stand eine Eigenerzeugung von etwa einem TWH. 2013 wurde mit dem Ausbau des Morupule-Kraftwerkes die Eigenversorgung verbessert. Die geringe Bevölkerungsdichte des Landes erschwert eine flächendeckende Elektrifizierung. So leben 10% der Bevölkerung in Gemeinden mit weniger als 100 Einwohnern. Viele kleine Gemeinden sind noch nicht an das Nationalnetz angeschlossen. Ein Plan zur Elektrifizierung der ländlichen Gebiete, der den Verbrauchern die Finanzierung der Erschließung erleichtern soll, liegt bereits vor. Dabei werden 10% der Anschlusskosten bei Einrichtungen gezahlt und jeweils 10% in jedem der neun folgenden Jahre. Während im Jahr 2004 nur 22% der Bevölkerung Zugang zu elektrischer Energie hatten, wurde für 2009 ein Anteil von 70% erwartet. Die Vollversorgung wird etwa für 2016 prognostiziert. Botswana zählt mit 3200 Sonnenstunden im Jahr zu den sonnenreichsten Ländern der Erde. Im Jahr 1997 wurde ein Plan zur Nutzung der Photovoltaik in den ländlichen Bereichen entwickelt. De facto werden erneuerbare Energien in Botswana jedoch kaum genutzt. Der Anteil der Solarthermie an der Warmwasserbereitung ist gleich 0, für die Windenergienutzung besteht kaum Potenzial. Und die Nutzung der großen Biomassenpotenziale befindet sich noch in der Projektierungsphase. Der gesamte Verbrauch an Erdöl wird importiert und stammt von Lieferanten in Südafrika. Medien In Botswana gibt es mehrere Printmedien. Das sind Botswana Daily News, Botswana Gazette, Botswana Guardian, Midweek, Sun Media, Engami Times, Sunday Standard und Voice. Die botswanischen Hörfunksender ermöglichen differenzierte Informationsangebote. Betrieben werden Radio Botswana 1, Radio Botswana 2, Dömer FM, GABZ FM und Jarrona FM. Ergänzend dazu gibt es mehrere Fernsehanbieter. Dazu gehören das staatliche Botswana Television, BTV sowie die privaten Anbieter Gaborone Broadcasting Corporation Television und Multi-Choice DSTV. Punkt. Seit 2013 gibt es für den terrestrischen Empfang eine Ausstrahlung von Digitalfernsehen. Es wird dafür der aus Japan stammende ISDBT-Standard genutzt, auf dem Territorium eines afrikanischen Staates bisher erstmalig.